Ja, ganz genau. Hallo zu Rosant. Schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind heute. Ein Bild heute, das ganz viele erschreckt hat, war dieses hier. So übel wurde Moderator Hinnerk Baumgarten auf Mallorca verprügelt. Wie es dazu gekommen ist, wie es ihm heute geht, das erzählt er heute bei uns in der Sendung. Später machen wir das. Der weltweite Handel mit Drogen treibt inzwischen überraschende Blüten. Man findet die Drogen auch an Orten, an denen man sie üblicherweise überhaupt nicht erwartet. Schon gar nicht als Nordsee-Urlauber, der am Strand spazieren geht. Aber genau das passiert. An der Nordseeküste treiben Drogen an den Strand. Dunkle Päckchen, die so ein bisschen teerartig aussehen. Aber wie kommen die ins Meer und vor allem an den Strand? Und wer schickt sie los? Viele Fragen. Das ist Hinnerk Baumgarten. So kennen Sie ihn alle. Wir haben noch ein anderes Bild. Da ist er kaum. Nach seiner Version hat er einen Urlauber, der da über die Stränge geschlagen ist, einfach nur zurechtweisen wollen. Und der hat dann kräftig zugeschlagen. Hinnerk Baumgarten ist aber ganz tapfer. Er will ganz schnell wieder zurück vor die Kamera. Allerdings wackeln noch einige Zähne. Also es geht ihm wirklich nicht gut. Trotzdem sagt er, er habe wahnsinnig viel Glück gehabt in dieser Situation. Ja, dann gute Heimreise. Und vor allem an dieser Stelle von uns allen gute Besserungsgrüße. Sie haben Post. Wenn Sie das nächste Mal in Ihr E-Mail-Fach sehen und eine Mail öffnen, vielleicht werden Sie das mit ein bisschen mehr Vorsicht tun, wenn Sie unseren nächsten Film gleich sehen. Ohne, dass wir Angst machen wollen. Aber das Wissen darum, das kann ja schon eine Hilfe sein. Es geht um Internetraub im großen Stil. Und wie leicht man da übers Ohr gehauen werden kann. Einfach nur, indem man, wie Klaus Ritter das passiert ist, den falschen E-Mail-Anhang öffnet. Und kurze Zeit später wollte er dann eine Rechnung bezahlen. Und da war all sein Geld weg. Ein Mann, ein Huhn, ein Ei. Die Geschichte muss neu geschrieben werden. Ja, es ist draußen ja plötzlich wieder ganz kalt geworden. Wir ziehen uns einfach eine dicke Jacke an. Das ist ja alles nicht so problematisch. Aber was machen die ganzen Pflanzen und Bäume draußen, die jetzt schon so hübsch blühen? Es ist ganz erstaunlich, wie kreativ die Obstbauern und Weingärtner und all die anderen jetzt sind, die um ihre Ernte bangen. Von Eispanzer, das sehen Sie hier zum Beispiel, auf dem Bild, bis Angrillen. Es wird ganz viel getan, um diese kalten Tage ein wenig zu erwärmen. Wir haben noch den wahrscheinlich coolsten Hund des Tages mindestens. Denn alle glaubten, diese Situation, die kann gar nicht gut aussehen. Nur der Hund, der blieb erstaunlich entspannt. Und das war seine Rettung. Unverbesserlicher Bruno. Irre Geschichte. Brisant prominent jetzt mit Sänger Jürgen Markus heute und seiner Entscheidung, sich von der Bühne zurückzuziehen. Zu den Gründen mehr bei uns jetzt. Diagnose COPD. Vor Roland Kaiser hätten wahrscheinlich die allerwenigsten mit diesen vier Buchstaben überhaupt irgendwas anfangen können. COPD, das ist eine lebensbedrohliche Lungenerkrankung, an der Roland Kaiser gelitten hat. Er hat diese Krankheit dank einer Lungentransplantation dann bewundernswert gut überstanden. Nun hat auch Schlagersänger Jürgen Markus öffentlich gemacht, dass er an dieser Krankheit leidet. Wir sehen jetzt, warum Robert De Niro gestern Abend so ganz besonders guter Laune war. Er hatte nämlich eingeladen und so ein großer Star, der lädt natürlich viele ein. Und zwar zum Tribeca Film Festival. Und die Gäste haben nicht abgesagt, ganz im Gegenteil. Sie sind seiner Einladung gefolgt. Und irgendwie rührt das selbst einen Superstar wie Robert De Niro. Es gibt ja im Fernsehen immer noch Inseln. Dann guckt wirklich die ganze Fernsehnation zu. Das gilt für Fußball und das gilt für den Sonntagabend. Dann nämlich läuft Tatort genau. Und es gibt immer wieder viele, die sagen, es wäre doch schön, man würde mal sehen, wie das hinter den Kulissen so läuft. Und dafür haben sie uns, brisant backstage heute beim Frankfurter Tatort. Dö, 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 genau, kann doch jeder. Gewissensfrage. Gibt es eigentlich ein Alter, in dem man seinen nackten Oberkörper nicht mehr öffentlich zur Schau stellen sollte? Auf der Bühne, ja, wenn man es kann. Wir gratulieren dem Übervater des Punk zum flotten 70. Geburtstag. Ja, dann ja vielleicht mal so im Oberhemd. Muss aber nicht sein. Ist ja Iggy Pop. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, freuen uns sehr auf morgen. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.